Hey ho liebe Leute, hier ist wieder euer Shadowfang2k7 und we need your help! Ähm, ja, was das genau zu bedeuten hat, unten in der Videobeschreibung, äh, hab ich euch was verlinkt, und zwar, ähm, äh, ne kleine Umfrage. Und zwar, da geht es darum, ihr wisst ja, die beiden Projekte, die ich aktuell aktiv habe, und zwar Kingdom Hearts, Birth by Sleep und, ähm, die CDA Duo Dezim beruhen beide, mh, ich sage mal, recht stark auf Co-Kommentatoren, was dazu führt, dass ich mich regelmäßig aufnehmen kann. Ähm, dafür erstmal sorry, und ja, ich lade das wirklich so oft wie möglich hoch, wenn's geht. Und da hab ich mir gedacht, ich könnte ein drittes Projekt einführen, nur, ich hab so dermaßen einiges zur Auswahl, und, ja, genau, äh, klickt auf den Link und entscheidet euch. Es liegt bei euch, was ich wähle. Ich hab eine kleine Umfrage erstellt, die wurde heute am 11.7., Moment, äh, passt das überhaupt? Ja, richtig, genau, heute am 11.7. eröffnet, und läuft ganz genau eine Woche. Genau eine Woche, das heißt, nächste Woche, also am 18.7., werde ich das Ganze auswerten und bekannt geben, wer gewonnen hat. Und natürlich auch sofort wieder, ähm, aufnehmen. Ich brauch eben mal ein Spiel, was ich let's playen kann, was ich auch durchsuchten kann. Naja, egal, wie gesagt, das wär's soweit, und, ja, viel Spaß bei mir. Voten, und bis nächste Woche. Tschüss!